Hallo zusammen, hier ist wieder Otsila und heute bin ich wieder für euch in Battle for S.R.D. unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es nämlich wieder mal um ein paar Paragon-Kisten. Ich war wieder fleißig mit meinem Allianz-Char. Und zwar habe ich jetzt hier schon vier Kisten im Inventar und kann mir gleich noch eine von den Tortolanern besorgen. Und ja, ich hoffe, dass ich mal vielleicht zumindest das Tortolana-Toy drin habe, beziehungsweise das von der Pratmer-Admiralität würde ich auch noch brauchen. Und ja, ein bisschen Azerid-Power, um mein Herz von Azeroth zu leveln, wäre jetzt auch nicht ganz verkehrt. Und ich würde sagen, wir starten mal durch. Und da ist mein Herz von Azeroth schon auf der nächsten Stufe auf 45. Ich glaube, skillen kann ich jetzt nicht, oder? Nein, leider nein. Dann machen wir das nächste auf. Da war natürlich auch nichts drin, die beiden habe ich aber schon. Wichtig wird es jetzt hier beim nächsten, und zwar bei der Pratmer-Admiralität. Komm, 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 komm. Wieder nichts. Okay, aber ich habe noch zwei Tortolaner-Sucher-Truhen. Und? Warum habe ich denn einfach kein Glück? Komm, jetzt holen wir uns noch eine Kiste. Ich maule jetzt mal ab, vielleicht habe ich dann mehr Lack. Yes! Da ist es, da ist es. Tortolaner-Sucher. Ja, perfekt. Jetzt muss ich diese blöden Worldquests nicht mehr machen. Sehr schön. Und zwar, ähm, warum das jetzt gerade so wichtig war, halt, das wollen wir nicht rein. Hier nicht gesammelt. Ähm, mir fehlt, also mir hat bis jetzt noch gefehlt Tortolaner-Sucher, ne, die Schüssel. Pratmer-Admiralität von den Paragon-Kisten. Das sind die beiden, wo ich auf Allianz farmen kann. Und dann, ne, das ist eine andere. Talanji-Expedition. Woldunai, ne, das sind alles hier von den Events, die Sachen, ne. Und vom Shop, ja, da gibt es ja auch was. Aber jetzt, ähm, brauche ich sowohl mit dem Hordler als auch mit dem Allianz-Char nicht mehr die Tortolaner-Sucher, ähm, Worldquest machen. Das ist schon mal sehr nice, weil für die muss man auch ziemlich viel rumfliegen. Das ist ein bisschen ätzend, auch bei denen den Ruf hochzufarmen. Sprich, mit dem Allianz-Char brauche ich jetzt bloß noch die Pratmer-Admiralität. Und mit dem Horden-Char noch, äh, Woldunai und Talanji quasi. Also noch zwei Zonen. Ja, langsam wird es überschaubar. So, jetzt müssen wir hier wieder das einblenden. Wir wollen uns das Toy natürlich auch anschauen. Äh, Kugelfisch heißt das. Schüssel mit Leuchten im Kugelfisch. Was macht das platziert? Eine Schüssel mit einem Leuchten... Na gut, okay. Der Name sagt eigentlich schon, was es macht. Also wir können eine Schüssel hinstellen, die in Leuchten... Moment, da gehen wir jetzt mal ein bisschen näher ran. Aber wo ist der Kugelfisch? Hier ist kein Kugelfisch. Oder muss ich das vielleicht... Okay. Ah. Also die Schüssel hat irgendwie keinen Kugelfisch, aber wir können dann draufdrücken und kriegen dann hier... Aha, das sind verschiedene sogar. Wirft einen Verbündeten... Achso. Da kann man diese Fische dann einem anderen zuwerfen. Okay, jetzt schauen wir mal. Zum Beispiel das hier. Außer Reichweite. Ich hole mir noch mehr von diesen Fischen. Ah, okay. Man kann jedes nur einmal haben. Okay, also ich habe jetzt hier... Äh, einen grünleuchtenden und dementsprechend auch noch ein paar andere Farben. Jetzt schauen wir mal. Ah. Okay. Jetzt hat er einen grünen Fisch gekriegt. Sondern wir dann hier blau... Äh, so grell leuchten. Und ich dachte, die sind fast so ein bisschen Neonfarben. Okay, also das sind relativ große Fische, die man da durch die Gegend wirft. Wahrscheinlich kannst du da bei den Leuten dann das Inventar zu machen, ne? Mit diesen ganzen Fischen kann ich mir jetzt noch mehr holen. Jetzt gucken wir uns das mal an. Ah, okay. Ah, nee. Jetzt ist es erschöpft. Schade. Ich habe nochmal einen Orangen bekommen. Komm, der kriegt... Hier... Kriegt der noch einen Orangenkugelfisch? Zack. Ja. Sonderlich toll ist es nicht, ne? Vielleicht mal für den Spaß im Raid zu gebrauchen. Eine Stunde Abklingzeit hat's. Aber, ja, sonst, ne? Gibt's bessere Sachen. Ja, aber ich habe jetzt wieder einen toll mehr. Muss ein paar weniger Worldquests machen, was mich doch freut. Und ja, wenn ihr wollt, können wir das nächste Mal wieder... Oder könnt ihr das nächste Mal wieder dabei sein, wenn ich ein paar Kisten aufmache. Mir ist gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tel Aja. Bis zum nächsten Mal. John. Joe. Vielen Dank.